Willkommen zu unserem täglichen Wetterbericht. Wir befinden uns hier im Süden Wiens, darum ist es auch warm, es hat 17 Grad, die Sonne scheint und es ist ein herrlicher Tag. Hinter mir das Golffreigehege Favoriten. Hier kann die Favoritner Bevölkerung den Golfern beim Golfen zuschauen und zwar in ihrer natürlichen Umgebung, dem Golfplatz. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Ich wünsche noch einen schönen Tag.